Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Ashgame und zwar mal Heroes University Age. Wird programmiert von Salomon Ron, ist in der Version aktuell in der 0.231 für Windows, Linux, Mac und Android. Ähnlich sprachen Englisch und Spanisch. Was genau ist dieses Spiel eigentlich? Ähm, ja, es ist ein, ähm, äh, Visual Novel mit ein bisschen Dating Game, aber sehr Visual Novel-like. Ähm, ihr werdet in den Spiel, äh, ja, ihr kommt an einen Campus, ihr habt irgendeine Superfähigkeit, ich erwähne nur eure Hose. Ähm, und, ja, ähm, ja, Spiel ist recht freizügig, äh, ich hab's jetzt ein bisschen gespielt. Nettes, nette Story soweit vorweg. Ähm, ja, muss viel lesen, viel spielen, viel machen, viel tun. Wir gehen einfach mal in ein New Game rein. Ähm, bei alle Leute, die das Spiel schon gespielt haben, ihr könnt auch wieder als, äh, den New Content nehmen. Ähm, im New Game werde ich auf alle Fälle einen Skip machen müssen. So, wir lesen uns das Ganze hier einfach erstmal ein bisschen durch. Keine Panik, das Spiel hat Sound. Äh, ihr werdet hier also nicht soundlos bleiben. Ähm, ich überlege nur gerade, wie weit ich das alles noch zeigen kann. Genau, um das Böse zu vernichten, werden halt neue Helden geboren. Ihr seht schon selber, das Spiel ist sehr, äh, freizügig. Äh, besser gesagt, sehr interessant, auch mit seiner Charakterart. Ähm, am Anfang da habe ich erst gedacht, so, ach, hm, sind die typischen Charakter, aber, ähm, nö, ist schon ein paar andere Charaktere dabei, so, die man zwar schon gesehen hat, aber es geht auch so mehr ins andere Bereich rüber, also nicht nur normal menschlich. Ähm, so, ganz interessant finde ich den kurzen Tree, man hat sich überlegt, so, ach, komm, ein bisschen Charaktergestaltung lasse ich euch. Es ist zwar wenig dabei, aber es ist immerhin was dabei, was man wählen könnte an Charakter, äh, an Charakterisierungen. Ähm, hat aber nicht sehr viel Ausschlag darauf nachher, wie euer Spiel wird. Also, ihr könnt den so machen, so machen, ist halt nur so eine Art Style, wie man den jetzt fertig machen möchte. Ähm, bleibt euch ganz überlassen, wie euer Charakter nachher aussehen soll. Das ist einfach nur wichtig, ähm, ja, wie ihr da nachher rüberkommt, wie ihr dann nachher da steht. So, ihr könnt noch einen Unterbart, könnt ihr noch nehmen, Oberbart könnt ihr noch nehmen. Bleibt euch überlassen, die Augen könnt ihr ein bisschen, auch die Color könnt ihr anpassen, wenn ihr wollt. Äh, wir gehen einfach mal gleich zum Next, da könnt ihr den Style festlegen, könnt euch noch einen Kopfhut aufsetzen. Hm, ein Ritterhut, ich mach mal das hier, könnt eine Brille noch tragen oder Vegeta-Style gerne nehmen. Ganz nett eigentlich, ganz nett. Das Einzige, was mich schon mal vorweg ein bisschen stört, ähm, sind die, ähm, was ich ein bisschen komisch fand, war, dass dieses, ähm, das merkt man jetzt in den neuesten einigen Spielen schon. Die Umgestaltung, ähm, es sind nicht alle Age-Scenes, also man merkt schon, dass da ein, ein grafisches Update gemacht worden ist oder der Graph-Designer gewechselt worden ist. Bei einigen Age-Scenes sieht man das auch, man merkt das auch komplett gleich rüber, wenn man die Age-Scenes so anguckt, äh, oder nachher spielt. Ähm, ihr werdet übrigens gleich schon von, äh, Galerie Gold, äh, Galea Goldschmidt, äh, erst mal schön über den Haufen, sie erklärt euch erst mal gleich, was eure Fähigkeit überhaupt ist. Und das ist nämlich die Chefin der Universität. Hm, because I wanna, because I like you. Ja, komm, gleich mal raushauen, ne? Ähm, ihr habt, äh, ihr werdet merken, dass der Style ist jetzt so sehr, äh, ich würde mal sagen, Anemies, also Cartoon-Style-lastig. Nachher geht der Style aber auch in den Age-Scenes, das sieht man nachher, na, ganz, auch schon abweichend drüber. Ihr werdet merken, was ich meine, wenn ihr spielt, also der, der Grafik-Stil in den Age-Games wird anders sein. So, ich werde hier erst mal einen kurzen Cut machen müssen, weil ich gleich weiß, äh, die Direktorin wird uns unsere Superpower erzählen. Und, äh, die haben wir da, ja, which place are we talking about? Äh, äh, ja, he, 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 mei, mhm. Genau da haben wir unsere Superpower. Deswegen, also, da werde ich mal eben ganz kurz einen Cut machen und das alles mal überspringen, dann gehen wir mal zum Game rüber. So, nachdem uns also Miss Goldsmith davon über, sich überzeugt hat, dass unsere Power sehr, sehr gut ist, ähm, freuen wir uns darüber natürlich und sind auch an einer Akademie angenommen. Ihr seht selber, das hier unten, das ist eben halt der Art-Style, den wir halt gewählt haben. Ähm, so, den Rest erkläre ich, ich danke fürs, äh, Dasein. So, wir sind Goldsmith University angekommen, treffen die Erste schon mal auf der, ähm, auf den, auf den, ähm, äh, auf den Wege. Das ist Emi, ähm, Emi ist schon mal getroffen. Wir werden noch einige weitere Leute hier treffen, wie zum Beispiel ihn, das ist unser Mitbewohner, den können wir auch noch umändern, wenn wir wollen. Von ihm erfahren wir übrigens einige Tipps, ähm, wo wir auch einige Gegenstände finden werden, komischerweise. Und wir sollen hier erstmal in die Infirmary rein. So, da treffen wir die Schwester von Miss Goldsmith, äh, Miss Goldsmith. So, ähm... Erstmal das nehmen, warum nicht? Ich denke, ihr Schwestern seid einfach, äh, anders. Aber was soll's. So, ähm... Ihr werdet merken, dass, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, im Stil wird sich das ein bisschen umändern. Ihr könnt ja Classroom nehmen, wir sollen jetzt mal zum Boys Bedroom reingehen. So, da gehen wir erstmal rein. So, da ist das Bett, da können wir schlafen. Ich erkläre jetzt erstmal ganz kurz vorweg das Gameplay. Ihr seht ja, ich sag euch das mal zeigen, hier werden sich später einige Sachen auftun. Ihr braucht keinen Panik haben um das Geld, das kriegt ihr automatisch hier alles mit dazu. Im Shop könnt ihr dann die speziellen Items kaufen, die ihr braucht. Aber, ähm, wartet halt erstmal ab, das kommt alles automatisch. Library, trefft ihr Luna. Ich zeige euch nachher auch die ganzen Girls, die jetzt schon kennengelernt worden sind. Laboratory und ein Warenhaus ist bisher noch nicht beigeschaltet. Die Version ist übrigens, also es gibt eine kostenlose Version, die könnt ihr euch auf Ichi runterladen. Gleich mal dafür nochmal vorweg gemerkt. Wir gehen rein und ich erkläre euch das Handysystem. Ihr habt Girls Infos, über die ihr Informationen über die Ladies erfahren könnt, wie zum Beispiel was, ne, wo sie zu finden sind. Dann, ne, die haben auch unterschiedliche, ähm, äh, Kräfte. Genau, Powers, das wollte ich noch sagen. Könnt ihr Close-Style, könnt ihr eigentlich angucken. Und in den Objectives werdet ihr eben halt mitkriegen, wie euer Lauf ist. Also wie gesagt, das Spiel gaukelt euch ein bisschen vor, ein Dating-Game zu sein, ist aber im Grunde rein eher mehr ein Visual Novel. Also man spielt eher mehr, man geht so, also ein Free-Roaming-Visual-Novel, sagen wir mal so, ist es mehr eher. Ja, ihr geht an verschiedene Orten, ähm, ähm, macht verschiedene, äh, Sachen fertig und, äh, ja. Macht dann so die Messages. So, hier, ähm, Messenger können wir uns schenken, der ist nicht so wichtig. Cheat Codes könnt ihr übrigens auch nutzen. Äh, braucht ihr aber nicht eigentlich unbedingt. So, ähm, mit ihnen labern wir dann und er erzählt uns halt Bettbewohner und erklärt uns so ein bisschen den Ablauf dieser, ähm, wo wir hin müssen, was wir alles hier finden können, bla, bla, bla. Auch in dem Forest-Teil war ich auch noch gar nicht gewesen, wenn wir gerade ein. Behind, ich erkläre euch aber auch gleich alles nochmal in aller Ruhe vorweg. You got the message, guckt rein, check out on your phone, watch the girls' location. Sehr schön, Phone klickt ihr immer da oben mit weg, also nicht von uns rumklicken. So, ihr könnt die Seite natürlich skippen, das kennen wir alle. Ihr habt den Forest, das ist hier der Forest-Teil, da oben haben wir den Forest-Teil und den Forest-Teil. Ähm, komischerweise, ihr seht selber schon hier, stechen schon einige, Blüten heraus, die werden später fürs Luna-Event bereit sein, die sich hier befindet. Hier vorne befindet sich Maki, hier befinden Maki und Angie. Hier ist Luna, Luna ist eine Art Hexe. Hier ist eure Direktore und das ist der Dome. So, ähm, für alle Leute, die jetzt erstmal gleich losschießen wollen, beim Anni-Event müsst ihr bis Capture One spielen. Das Spiel ist jetzt gerade aktuell erstmal noch in einem Prolog. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr das Spiel nachher weitergespielt habt. Ähm, das ist aber meist End of Prolog. Ihr denkt, was ist denn jetzt los? Ging mir auch so. Was? Prolog. Und dann geht ihr ins Capture One. Ähm, ich stelle euch mal ein paar Leute vor. So, damit ihr ungefähr seht, was hier los ist. So, hier haben wir also Luna. So, ähm, Luna Night, Nightingale. Nightingale heißt das übrigens. Luna Nightingale, ähm, sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Äh, und Leute, glaubt mir, das Spiel fackelt nicht lange rum, wenn es darum geht, irgendwie Age zu machen. So, hier hatte ich jetzt immer erst gedacht, das passt so. Wenn wir verschiedene Antworten auswählen oder sowas alles, dass ihr dann in den Liebesbalken weiter steigt. Ja, ein paar Antworten gibt es, da sollte man auch schon aufpassen. Bei Angie hier zum Beispiel, ähm, solltet ihr auch wirklich abspeichern. Das hier ist, äh, Maki, Suzuki. Ähm, ja, ihr seht selber Katzengirl, ne? Also Catgirl. Wie gesagt, hier sind alle Sachen vertreten, ähm, die man so sehen kann, ne? Sehr unterhaltsames Spiel, also abwechslungsreich auf alle Fälle. Der Protagonist, äh, nimmt sich so seinen eigenen Stil heraus, um hier eben halt sein kleines University auszubauen. Ähm, ist er eigentlich ganz gut gelungen, muss ich sagen. Wenn dann nicht dieser Grafikstilabwechslung manchmal wäre, die mich ein bisschen überrascht und gewundert hat. So, dann haben wir Angie, äh, müsste sie, glaube ich, sein, ne? Angie Leningard, genau, die. Da kommt ihr nachher zu einer Art Test hin. Die wird euch nachher herausfordern zu einem Duell. Ähm, um zu wissen, wer von euch der Schlauste ist. Weil sie hält sich selbst für den Schlausten. My Phone rings. Ähm, geil, ja, ja, Goldsmith würde uns gerne sehen. Da würden wir schon mal Kohle bekommen. Eine kleine Info zu den, äh, Tests. Hier gibt es, äh, einige Sachen, die ihr euch durchlesen könnt. Na? Da werdet ihr, wenn ihr in History geprüft werdet, das wird die erste Phase, glaube ich, sein, History. Seht ihr hier schon, könnt ihr euch durchlesen. Das sind die Antworten. Ihr könnt sie euch auch abfotografieren. Dann wisst ihr auch schon sofort die Antworten bescheuert. Ihr werdet in drei Stufen geprüft. In History, Natural und Mathematik. Da seht ihr dann eben halt die ganzen Antworten alle. Ne? Und da braucht ihr euch eigentlich nichts Großartiges, äh, merken. Können wir nachher auch mal machen. Ich glaube es, ich glaube es war History, die es die erste Prüfung war. So, so habe ich das. Ich bin persönlich ehrlich, ich habe das auch so gemacht. Ich habe mir einfach ein Foto gemacht von den Dingern. Mache ich jetzt gerade auch. Habe mir die zwei Seiten voll abfotografiert, damit ich weiß, was da los war. Und, äh, kann dann so die History-Klasse durchballern. Ne? Also nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn man dieses History macht. Machen wir aber gleich. Kommen wir gleich noch zu. So, diese Klassen mit, äh, Angie. Weil das wird euch auch empfohlen, vorher abweg, äh, zu speichern. So, ihr sollt dann jetzt im Shop, könnt ihr euch dann einen Knochen holen. Aber ihr habt ja keine Kohle. Und da ihr keine Kohle habt, solltet ihr ja erstmal ein bisschen Geld bekommen. Denn ihr bekommt von ihr einen kleinen Reward. Dafür, dass ihr eben halt ein bisschen was mit ihr gemacht habt. Ähm, ja. Sie wird euch gleich wieder richtig rannehmen. Deswegen werde ich hier wieder einen kleinen Cut machen. So, jetzt haben wir von ihr 30 Dollar gekriegt. Da können wir uns im Shop dann eben halt den Knochen holen, um die Markie-Story weiter fortzusetzen. Zack, haben wir. So, aber jetzt habe ich euch schon erklärt, dass man hier in den Klassenraum gehen kann. Da gehen wir auch mal hin. So, sie möchte euch gerne nach, äh, nee, warte mal, was stand da drin da? Ah, ja, Anni. Genau, Anni soll uns erstmal aufklären. Genau, da gehen wir erstmal nach Anni. Ich will euch ja mal gleich vorweg schon mal den schwierigsten Part für einige zeigen. Weil einige Leute sagen werden, äh, da komme ich nicht weiter, das verstehe ich nicht. Das ist einfach nur, entweder ihr lernt das alles, äh, fotografiert euch das alles einfach ab. Oder eben teilt ihr, ähm, ja, könnt ihr euch aussuchen, was ihr haben wollt, über sie. So, und sie wird euch dann gleich erstmal testen. Und, ja, sehen wir halt weiter. So, abends, es gibt drei Tage. Wir könnten jetzt das Luna-Event starten, das lasse ich aber mal raus, weil ansonsten habe ich gleich die nächste Age-Scene an der Backe. Ihr müsst nicht unbedingt sofort gleich reinknallen in die, ähm, Age-Scene. Ich will euch einfach mal den schwierigsten Part zeigen. So, wir haben, ihr solltet hier wirklich saven. Das ist wirklich wichtig. Deswegen werde ich jetzt auch nochmal ganz kurz einen Save-Cut aufmachen. So, den habe ich gesetzt. Macht das auch. Und continue. So, ihr startet als erstes mit, was starten wir denn? Ich schaue mal nach. In der Library hättet ihr euch die ganzen Infos durchlesen können. Und dann geht das eigentlich los. Ich glaube, es war History, ne? Ansonsten wäre es jetzt das andere gewesen. So, was haben wir als erstes denn? History. Habe ich doch gesagt. So, History. Ich hoffe, ihr habt gut gelernt. Ja, los geht's. Los geht's. Ich habe ja gesagt, in der Library. History Test. Und ihr habt, äh, the last vier sollten korrekt sein. Ready, yes, go. So, ähm. Ihr könnt euch jetzt da nachlesen. Und, äh, so. Path of the Rocks, ähm, the Rock Path. Das war, äh, Transport between humans and flying heroes. In the Industry work. Das erste wäre das jetzt hier zum Beispiel. Ne? Da steht hier ganz kurz drauf. So, Nummer zwei. Ähm. Ähm, das wäre, äh, Dance of, bla, bla, bla. Dance of the End. Genau. Typische Dance. Das wäre Dance of the End. Das ist nämlich der von Dilea. So, das ist Dance of the End. Nummer drei. Shadow Wars. Das wäre, ähm, ich schaue mal nach. Wann war das, äh, Ende der Shadow Wars. Das war, warte mal. Wann das endete. Das endete 1900. Öh. The Shadow Wars were corrupted between 1964 and 1968. None of this day evolved. So, da sind keine von den Daten drinne. So, Battle Between. Also, eigentlich müsste man eigentlich nur diese ganze Scheiße einmal durchgehen. Äh, The New Streamers und Dilea ending with the... Dilea waren als Gewinner gewesen. Und wurde bezeichnet als... Ähm... Warte mal. The New Streamers und Dilea ending with Dilea as Winner as a No. Nein, das stimmt nicht. Ähm. Weil... Ähm, doch, Dilea waren die Gewinner. Und the Battle... That's the Battle of the End. Battle of the End. Normalerweise. So, ähm, The Name of the Hero. Das wäre, ähm... Da muss ich jetzt selber mal ganz kurz gucken, was das Ende... Äh, der Hero-Dings das ist. Da gehen wir nämlich auch rein. Ähm... Das ist... Ja, lesen hat hier klaren Vorteil. Blablabla. The Rector Mountain Malacom. Das ist dann... Das müsste auf der hier sein. So, how many heroes dying during the resurrection of Martin in 1934? 1937. Ähm... First Hero of the Land of the International Commandant Heroes. Äh, das ist... Blubb. Diana Goldsmith. So, wir haben es geschafft. Da... Oh, ich habe sogar alles richtig gehabt. So, damit habe ich einen Punkt gekriegt. Ihr habt gesehen, wie das Ganze jetzt funktioniert. Ähm... Ich habe einen. Sie hat null. Das heißt, ich habe den Historic Test bestanden. So, das ist halt diese Schwierigkeit halt dabei. Manche Leute werden sich deswegen nicht gleich mir, äh, oder hier in die Kommentare reinschreiben. Wie geht der Test? Wie geht der Test? So geht der Test. Ganz einfach. Gar nicht schwer gewesen. Ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert mit den Tests. So, ähm... Dann konnte ich euch das auch schon mal beibringen. Dann wisst ihr auch schon mal, wie das funktioniert. Ähm... Jetzt zeige ich euch ganz kurz etwas noch aus den Late Game. So, dafür lade ich einmal den Spielstand auf, damit ihr wisst, was im Late Game auf euch zukommt. Das hier ist das Late Game... Also, äh, das Late Game Event. Mir fehlen noch ein, zwei Events. Aber ihr seht schon, dass sich einiges weiter fortbewegt hat. Es sind ein paar neue Charaktere dabei. Viele von denen haben aber noch keine Quest. Sie zum Beispiel kriegt nachher eine Quest. Wir sind jetzt also hier schon in Capture One. Ähm... Maki's Quest macht ihr schon im Prolog komischerweise fertig. Angie's Quest macht ihr auch schon, Beispiel im Prolog schon fertig. Und sie findet ihr übrigens, wenn ihr dann nachher gucken solltet, hier oben auf dem Rooftop. Na, das ist der Rooftop. So. Ähm... Dann gehen wir runter, gehen wir runter, gehen wir runter. Dann haben wir noch... Ich will noch mal ganz kurz alle Bereiche zeigen. Hier hinten ist Behind. Da werdet ihr auch viel Maki finden. Den Workshop werdet ihr erst im späteren Verlauf freischalten. Das dauert erst noch. Den habt ihr am Anfang gar nicht frei. Laboratorium kriegt ihr auch noch nicht fertig. Library habe ich schon gezeigt. Da wisst ihr ja auch schon Bescheid. Forest habe ich euch ja auch schon gezeigt. Die Forest-Teile, wie die ablaufen werden. Ich zeige es aber nochmal. Komischerweise kann man nur an bestimmten Quest-Events diese Blumen rausnehmen. Das ist dann für das Tuna-Quest-Event. Im Girls' Room habt ihr noch ein paar verschiedene Aussagen. Da fehlt mir noch ein Fragezeichen. Da muss ich noch mal hin. Und im Boys' Room, komischerweise, sind hier auch noch Fragezeichen drin. Wo ich aber noch nicht weiß, was das zu bedeuten hat. So, ihr habt das Warenhaus. Da sollen wir zur Nacht hin. Weil das gerade im Moment nicht eine Quest ist, die ich noch zu tun habe. Ich wollte das Spiel schon mal zeigen, weil hier Go to the Warenhouse at night, um den nächsten Sachen freizuschalten. Da wäre dann hier das Warenhaus. Und dieses ist erst ab nächsten Content available. So, ich hoffe, ich konnte euch das Spiel mal ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, ich könnte euch so ein bisschen einführen in das. Also, es ist gar nicht mal so verkehrt, das Game. Macht schon Spaß, wenn man sich damit abfinden kann, dass der Artwork-Design ab und zu mal wechselt. Es kann sein, dass es natürlich dann nachher ein Rebuild noch gibt. Dass sich alle Artworks natürlich noch wechseln werden. Oder eben halt, man muss damit leben halt, dass es auf einmal ein anderes Artwork geben wird. Ihr werdet merken, wenn ihr das Spiel spielt, was ich meine. So, auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken. Und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und viel Spaß beim selber zocken. Und bis zum nächsten Mal.